Jo, hey! Da sind wir wieder mit Doom. Reichtes Titanen gerade abgeschlossen? Wasaria Phoenix wieder dabei? Genau. Hallo, hallo, hallo! Und wir machen direkter weiter, würde ich sagen, oder? Genau, sehen wir nochmal. Reichtes Titanen abgeschlossen. Und fortsetzen. Gucken wir, was jetzt kommt. Die Totenstadt. Wird immer besser. Hm. Scheiben wir wohl noch nicht zurück auf dem Mars zu sein. Hm, ja, nee, irgendwie nicht. Obwohl hier steht, du hast dich durch die Hölle gekämpft. Das Ding, was die da immer zeigen. Ja. Nicht, dass das nachher der Endgegner ist. Ach so. Das Ding da aus dem Knochen. Nee, weiß ich nicht. Also ich hab mich noch nicht spoilern lassen. Ich hab noch nicht gesehen, was irgendwie am Ende kommt. Ich auch nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Ich denke mal die Olivia Pierce, oder? Oder dieser Aiden. Ah, ich denke eher dieser Hayden. Samuel Hayden. Warum sag ich immer Aiden, Alter? Keine Ahnung. Also, äh. Also, äh, ich denke irgendwie einer ist Aiden Pennefield. Ja. Aiden Pierce. Nee, diese blonde. Oder Aiden Pierce als Watchdress. Aiden, ja genau, Aiden Pierce kommt jetzt. Wie, ich bin nicht mehr. What's up 2? Der Schmelztiegel. Okay. Der Schmelztiegel. Puh. Da bin ich mal gespannt. Okay, es geht doch direkter weiter. Oh man. Wir schaffen den Schmelztiegel. Wow. Wollen wir mal in dem Titel. Oh, mein ja. Der Titel hat schon gesperrt worden. Der Titel hat schon gesperrt worden. Hm. Na, was ist denn bitte? Nö. Warte, jetzt besorgst du den Schmelztiegel perceber. Dann ist das vorbei. Ach so. Oder auch nicht. Oih, oih. Oh ne. Wo kommen die denn alle her? Dort kommen deine Freunde. Ja. Die sehen das soo. Aber ja. Nein, der war gerade schön. Oh, der hat das zu fliegen. Eben. Meine ich das nur, oder? T-Bang wollte ich gerade schon sagen. Ich meine Glory-Kill. Okay, wir müssen echt da oben hin, ne? Mal gucken, ob wir ihn was aufnehmen können. Die baggen wir, den Gegner. Während er zwischen den Welten und in der Zeit wütete, stieß der Hellwalker auf den Arm. Der Hellwalker. Auf wen treffen wir? Oh, ne. Ja. Ah, das ist wie ein Chameleon. Du siehst ihn nicht, weil er die Dings vom Hintergrund annimmt. Ja, der ist im Grunde derselbe Gegner wie der... Nicht da einer. Da liegt ne Waffe. Das war einfach nur Munition, glaub ich, für den. Ach, ne. Kommt schon mit. Ah, ja. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Die Dings macht. Rote, glaub ich, sind die Feuerdinger und die machen irgendwie Erdbeben oder sowas. Genau so nervig ist der, aber... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Nur ein bisschen blöd. Noch nehm ich das nicht, was auch immer das ist. Da ist... Ey, würd ich auch nicht machen. Ah, da. Jetzt kommt wahrscheinlich... Ja. Oh, ne. Oh, jetzt ruhig. Ach. Uh. Boah, guck der mal die Schussgeschwindigkeit an, der Shotgun. Ach. Da muss die mal die ganze Zeit rein. Ja, die aber... Oh, guck mal, so'n kleiner. Erstmal umgewöhnen, dass die Hass weg ist. Ja, mit Hass ist das schon geil, ne. Ja. Dafür ist das Spiel ja nicht eigentlich so schnell. Ich bin eigentlich fertig langsam. Ja, es geht. Ja, wow. Irgendwas... Weiß ich nicht. Ach, der. Ne... Wie ist denn einesseechener? Boah. Boah, guck auf, der fällt. Flakhaft halt, ne? Schöner Versuch, ey. Schöner, find ich wohl. Ja, das ist das Feuer, das Feuerding. Genau, deswegen ist der, glaub ich, Mon. Oh, nee. Flak. Der Flak, genau. Irgendwas kommt da jetzt noch. Nee, doch nicht. Oder anders. Aber ist die denn aufgegangen? Kannst du da noch irgendwas machen? Oder warum geht's damit weiter? Ach, okay. Da will man doch direkt wissen, wie's oben aussieht. Oh, ich dachte gerade, das kommt irgendwie nicht. Ah, okay. Jetzt hast du einen von den toten Köpfen, hast du jetzt schon. Jetzt könnte ich hier rein, im Grunde genommen, ne? Oder? Den musst du da einsetzen. Nee, den musst du einsetzen. Jetzt musst du noch den blauen finden, oder? Ich denke. Okay. Das ist jetzt, kann ich auch direkt schon hier rein. Okay, das ist ein Teil der Aufgabe. Ja, jetzt brauche ich den blauen, oder? Den finde ich dann hier drin, ne? Genau. Ja. Oh, nee. Okay, das gleiche wie gerade. Oh, nee, nicht das gleiche wie gerade. Ah, da kommt es noch nicht dran. Nehme ich auch noch nicht. Oh, nee, eigentlich. Oh, nee, jetzt bin ich. Oh, nee, jetzt bin ich. Oh, nee, jetzt bin ich. Aber ich wollte mich. Oh, nee, jetzt bin ich. Oh, nee, jetzt bin ich. Seh nicht, nicht. Oh, die Köpfe. Die gehen nach vorne auf. Die Köpfe, ja, die nerven mich auch. Ja, die nerven mich ja schon. Obwohl ich mich selber spielt. Ja, ja. Diese fliegenden Fleischbällchen, mhm, scheiße. Geil, meine Playflächen reagieren auf den Spaß, okay. Fleischbällchen machen mir Fleischbällchen. Noch einer von denen, die sind sehr gerade. Ja, nehmen wir mal einen Aufklärer. Ah, scheiße. Munition, die meine Damen und Herren. Musst du mal wieder einen mit der Kenntnis, was das macht, oder? Munition zu bekommen, meinst du? Ja. Ja. Spare ich mir aber für einen großen auf, der mich nervt. Treffe ich auch mal. Für den hier zum Beispiel. Für den auch nicht, wenn wir einmal hier sind. Oh, ja. Ah. Da liegen ja auch gar nichts rum. Oh, der ist weg. Ah, jetzt können wir das in der Mitte nehmen. Sollten wir es vielleicht auch machen. Boah, schaden. Oh, geil. Jetzt ging aber schnell hin. Boah. Wie haben wir solche Pippen? Ey, gerade habt ihr aber Bock mit spawnen, ne? Okay, Panzerungen wäre vielleicht jetzt angesagt. Kann man da irgendwo einer? Ja. Ja. Ja, die Kleinen liegen noch gar überall. Ja, die Kleinen liegen noch gar überall. Ja, die Kleinen liegen noch überall. Bei der flüssig sind... Ja, die Flüssigkeit. Also der ist tot. Da hat noch einer irgendwo. Ja, hinter mir aber den hab ich. Oh, Headshot. Haha. Let's set. Oh, das war's. Ja. Kurz hier. Kannst auch die andere Panzerung lassen. Hier rein, ne? Oder? Oh, ja. Ja. Letzte Schädel. Und dann da rein. Ja, genau. Bis dann, glaube ich, wieder zurück, ne? Ja. 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 Was ist das? Schaffen wir es nicht mehr rauszuspringen? Hä? Geht halt außen rum. Oh. War gar nicht so schlecht, dass wir außen rumgegangen sind, oder? Hat er auch gedacht. Hey, warum kommt der jetzt? Was soll ich sagen, ey? Doof, oder was? Keine Sprungkraft mehr. Ja. Oh, ich bin so schlecht. Speicherpunkt erreicht. Uh, du hast auch noch nicht alle Punkte da oben. Ne, alle Hälfte bleibt. Was jetzt? Fuck. Die haben sich jetzt auch schlossen. Oh, ne, ne? Oh. Hä? Warum ist der so schnell auf einmal? Ah. Ah. Hat der nen Schutz jetzt, oder mein ich das nur? Keine Ahnung, was er so aus, ne? Das waren diese böse, die dem Affen drin sind. Ja. Boah, wie viele... Einen Gott, ey, die sind davon noch da. Die wissen, dass die die nervigsten Gegner aller Zeiten sind, glaube ich. Jetzt gerade komm ich nicht mehr klar, aber das macht die Füße füreinander, ey. Ne, ein bisschen zu viel gerade, ja. Das ist schon recht. Ne, ein bisschen zu viel gerade, ja. Das ist schon recht. Der ist, dass der mich rumgeschützt hat, glaube ich. Kannste mal verrecken. Mein Gott. Stirb doch. Ach, der. Ey, ist da noch so einer? Was der erst mal sagt, ist denn ne Ratte da im Wasser? Ach, guck mal da. Ach, guck mal da. Oh, guck mal da. Papi. Hahaha. Oh, der hat aber nicht mehr drin gehen, ey. Ja, ja, ja. Sag mal auf, ich hab mir noch einen an dem Ende gegeben hat. Woll. Ich glaube, da ist noch einer. Ja. Ach, der ist ja. Oh mein Gott. War's das? Ne. Doch. Ja, muss ich da bis hier. Da bist du immer reingegangen die ganze Zeit. Und Tamir? Was sagt denn der da? Fünfzehn, sechzehn? Tamir wahrscheinlich. Anweil. Ja. Ah. Na, happy to return. Aua. Ah, Keegan. Mann, ah, das war. Also, meine ich das nur, oder geht's immer weiter nach unten? Wo willst du denn da irgendwann hin? Erdkern, oder was? Ach, nee, Leute. Dann ist er auch noch, wenn der links und rechts gleich runter ist, nickt mehr, ne? Bisschen Angst, irgendwie. Ja, ja, genau. So wie, so wie das. Ey, da ist das Ding aus, aus dem Ladebildschirm. Hast du's gesehen? Da war dieses Knochen-Ding aus dem Ladebildschirm. Ne, wir werden nicht. Ne, das Knochen-Ding an sich war das. Lebendig wäre er noch weiter. Scheiße, zum ersten Mal gestorben in der ganze Zeit, ne? Ne, da gab's schon mal einen Punkt am Anfang, wo ich irgendwie drei miteinander gestorben bin. Ähm, an seinem Schutzschild-Typen. Ja, ist hier. Da geht doch. Schon nervig, ja. Ich glaub, du musst Richtung offener Totenkopf. Meinst du? Pass auf, was? Guck mal etwa links. Unter. Da ist das Ding aus dem Menü. Ja, das Riesenteil hier. Und ich glaube, das ist der Gegner. Ne, 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 ne. Der letzte. Ne, ne, ne. Bestimmt. In irgendeiner Art und Weise gibt er wieder Fleisch und Blut. Oh. Der hat auf dich gewartet. Der will dir irgendwas verkaufen. Will ich aber gar nicht. Der sieht schon so aufbringlich aus. Der ist aber sehr aufbringlich. Hab doch gesagt, ich will das nicht. Das Problematische ist hier nicht die Gegner an sich, sondern dass du runterfallen kannst. Ins Unendliche. Speicherpunkt erreicht. Ja, hier unten. Ja, ach da. Wohin, hier. Ach, guck mal. Ah, eine Drohne. Gatling. Mobile Lachprozern. Halte die Waff-Mod, hast du ja Glück um die Waffe in eine mobile... Ach so, dann stellst du die hin. Du kannst dann... Ja. Gelagerungsmodus. Hitzestoß... Vertauberungsbomben, weil das klingt interessant. Elektrizität. Okay, indem man Explosionsradius betäubt, muss man vor allem der Aufgang. Und das für das Gaussgewehr. Gelagerungsmodus. Mächtigen Strahl, der zählt durchdringen. Das ist nicht schlecht. Für große Gegner. Probier das mal aus. Wie nett er das einkauft hier bei dem. Ja, so gehe ich auch immer shoppen. Jetzt, ich kenn das nicht anders. Okay. Ich gehe immer so shoppen, so nicht? Ja, richtig. Das macht dann so und so viel Euro. Bam, hau's dem erstmal ein, ey. Du darfst den Schmerztiegel nicht erreichen. Wer hat was gesagt. Ja, genau. Ah, nee, komm. Ich will hier nicht. Und weg ist er. Der hat Angst gehabt, weil du die Waffe gewechselt hast. Oh nein, wir haben den Kursen direkt weg. Oh nein, wir haben den Kursen direkt weg. Ich muss erhüben. Was machen die hier? Kämpfen die gegeneinander? Kämpfen die gegeneinander? Kämpfen gegen wen da? Ja. Was ist das? Das war gar kein Typ. Das sah gerade aus wie ein Typ, oder? Der erste der fand. Wie so ein Ding, ne? Wo ist denn der hin? Boah. Also, ich mag die Waffe. Das ist ja cool. Wir sind recht nervig jetzt gerade. Mies. Boah, Junge. Wer stehen denn da? Ja. Ja. Der ist ja alles. Heißt. Ich war kein Typ, wenn du das vorst, ne? Ich bin da. 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 Jaa! Energie, muss ich wegschrauben. Ali sagt, Link liegt noch, Energie. Mächtige Waffe auf jeden Fall, ne? Ja, ich bin mal gespannt gegen diese anderen Fliegen. Ja, man! Trotzdem macht er das. Hätte ich mir auch eine bessere Animation vorgestellt, ne? Manchmal macht er das so. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich hab wahrscheinlich fast das gewesen zu sein. Ja, ich sammle mal eben hier noch. Oh, hallo! Boah, gegen den würde ich gerne mal was machen. Leider hab ich keine Munizierung mehr. Schade. Ah, tot. Aber der kommt nie allein. Oh! Warum sagst du sowas? War mich jetzt die ganze Zeit so. Ja. Ach, ne. Ja. Oh, ne. Ne, ne? Was war das? Ja, ja. Ich habe aber 2 erwicht damit, ne? Glaube? Ja. Sonst wäre ich durch meine Daumen gegangen. Oh, oh Gott. Das war's. Weißer Punkt erreicht. Ja, diese Teufelsähnlichen Kerle da, die sind heftig, ne? Hm. Ja, die sind... Oh, guck mal, da liegt einer. Zieh ihm einfach mal was aus dem raus, bringen einen Upgrader durch. Ja. Getoren. Ausrüstungssystem, das können wir jetzt machen. Ausrüstungssystem. Aufstocker. Erhöhte Anzahl der Ladungen bei Aufrüstung. Bei den Ladungen. Der meint wahrscheinlich Granaten und sowas, weil das ja... Ah, ich höre schon wohl. Verstärker. Verstärker. An die Schuss, wenn Verstärker aufhört. Klingt auch nicht so aus. Heilkraft. Beaktivierung für den Verstärker, die Gesundheit bis zur maximalen Kapazierung. Ah geil, wenn du diese Verstärker nimmst, dann... Bist du voll aufgeladen sofort, ja. Hallen die dich. Warum nicht? Da kann man nicht nehmen. Hab keine Dinge, aber ich hab wieder elf Waffenpunkte. Hier oben haben wir alles. Oder meinst du das mal? Ne, hier haben wir alles dann. Hier auch. Hier auch. Hier können wir noch. Leichtgewicht. Leichtgewicht. Haben wir denn noch? Hier ist... Hier können wir nichts nehmen. Hier könnte ich was machen bei diesem Gauss-Gewehr. Oh. Ja das ist doch super genial. Über einen verheerenden Trefferbereich. In sich herum. Why not? Und dann auch ermöglicht Bewegung trotz Belagerung. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt diesen... Das hier mache... Ne, ich kann mich trotzdem nicht bewegen dabei. Okay. Wahrscheinlich... Das ist auch eine Anforderung, die man erfüllen muss, glaube ich. Doch. Ne, da weiß ich nicht mehr. Oh, krass. Jawoll. Boah. Ja. Genau das wollte ich eigentlich auch. Hatte ja Waffenpunkte gekriegt. Irgendwie sehr... Oh, ne. Ach, von hinten auch noch. So welche seid ihr also. Oh, ne. Boah, ich bin glaube ich davon gekommen, dass der mich trifft. Dadurch, dass ich... ...den Move ausgeführt habe. Ich bin der zweite von denen. Hinter mir wahrscheinlich. Ja, leider. Boah, es war knapp. Ja. Boah, es war knapp. Boah, hast du Glück, dass du gefangen bist, ey. Ja, ja. Ich hab auch Angst, immer runterzufallen hier. Oh, ne, ne. Noch mehr. Guck dir jetzt mal an, was da noch alles liegt. Ja, das Level ist aber jetzt durch, weil du hast alle Dinger gekriegt. Alles aufs Maximum, komm. Boah, wie viel liegt denn hier bitte? End... Schreit nach Endkampf. Sieht da nach Haus. Ich... Das ist, glaube ich, ein guter... Ja, ja. Glaube ich auch. Okay, wir machen hier ein Ende und sehen uns beim nächsten Mal. Wie gehabt, liken, subscriben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.